servus leute und willkommen zu einem neuen video ich möchte euch heute mal einen kartenleser für mobile endgeräte welches ausdrücken zeigen und auch vorstellen und euch mal ein paar erfahrungen die ich bisher gemacht hatte damit auch mitteilen zuerst mal geliefert wird der ganze hier in dem karton so sieht er aus so sieht er aus der kartenleser geliefert wird er hier mit einer kurzen anleitung auch in deutsch gepolstert hier unten mit schaumstoff und dementsprechend kam er sehr gut sehr gut gepolstert und in einem sehr guten zustand an der kartenleser hier hat insgesamt vier anschlüsse einmal für usbc einmal für micro usb und einmal für lightning zuletzt noch der normalen usb anschluss wo man hier auch wenn man es ein bisschen genau hinschaut die micro sd beziehungsweise wie es auch heißt trans flash karten reinstecken kann hier ist auch in deutsch kurz ein bisschen was beschrieben bisschen was erklärt wie man das ganze wo und so weiter macht warum die app nicht alle meine fotos anzeigt warum meine warum die app denn stick nicht anzeigt und so weiter und so weiter also hauptsächlich fragen zum thema us wobei auch hier gesagt man muss für ios gibt es einfach die besonderheit da der kartenleser hier mfi zertifiziert ist kann man nicht einfach so einstecken und die bilder werden ausgelesen die bilder müssen hier über die app was auch hier steht idisc pro ausgelesen werden der vorteil ist ganz klar man kann die bilder von iphone von ipad auf karte von karte auf ipad und und so weiter zu weitermachen das heißt hier hat man wirklich die möglichkeit wirklich gut die bilder und videos von und auf die karte wieder zurück zu spielen oder genau alles sozusagen in jede richtung ist zu übertragen ich habe einen anderen kartenleser der sozusagen nicht zertifiziert ist dann kann man nur die bilder importieren und dann auch nur in den ordner import auf den jeweiligen gerät und das schränkt wirklich sehr stark ein wichtiges zu beachten die karten die hier reingesteckt werden sollten etwas dünner sein weil leider ist es mir passiert wenn man sich mal hier anschaut dass hier an der seite bei mir abgebrochen ist das problem ist einfach gewesen ich habe es rein gesteckt die karte komplett habe es nicht mal raus bekommen jetzt geht es mittlerweile weil ich auch mehrmals rein und raus gemacht hatte und hab das dann wirklich nur durch grobe gewalt einwirkung das heißt in dem moment eine zange heraus bekommen und was natürlich passiert die karte ist dadurch irreparabel beschädigt gewesen und ja kann ich nur noch als dem objekt zur verfügung gestellt werden dementsprechend ist das ding führen für die tonne sozusagen leider also dementsprechend achtet wirklich darauf wenn ihr die den karten leser dann auch mal euch kauft ob eure karte wirklich gut reinpasst wenn nicht und ihr merkt schon an der stelle dass es wirklich nach einem halben noch zwei drei millimeter noch platz ist und es nicht nur noch nicht oder nur noch mit viel viel druck rein bekommt karte raus einlegen wieder in die schachtel fertig aus weil das macht nicht wirklich den sinn das zu behalten weil ihr macht dadurch nur mehr ärger euch als dass es euch was bringt andere karten wiederum die ich auch hier habe die funktionieren damit sehr gut rein raus ganz easy aber wie gesagt bei dieser einen karte was wirklich so dass ich den nicht rausbekommen habe und die wirklich einfach nur fest drin steckt war mehr nicht das war nicht wirklich nur noch an grau sozusagen ganz klar ansonsten wie gesagt war es das eigentlich von mir wenn ihr jetzt noch fragen haben solltet zu dem ganzen thema meldet euch einfach bei mir in den kommentaren und ich würde mich dann kurzfristig wieder bei euch zurückmelden dann gleich erstmal und bis zum nächsten mal saus